Hallo meine Freunde da draußen. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich hier Werbung mache. Warum mache ich diese Werbung? Gut, ich will ehrlich zu euch sein, ich habe Süßigkeiten gekriegt. Nein, ernsthaft, ich habe hier diese Süßigkeiten bekommen. Gut, ist nicht alles Süßigkeiten, weil das hier, das ist so ein Fleisch-Snack, also Beef-Snack steht hier drauf. Ähm, ich habe diese Süßigkeiten unter der Voraussetzung bekommen, dass ich für American Candy ein bisschen Werbung mache. Gut, nehme ich hin, kann ich machen, kostet mich ja nur ein paar Minuten. So, also, was habe ich denn gekriegt? Skittles, das sind diese hier, hier oben, ich weiß nicht, ob man die Maus jetzt sieht, doch, sollte man sehen, ne? Ähm, die sind sehr, sehr süß und sehr fruchtig auch, fand ich nicht schlecht. Dann hier, dieses hier, das war mal lecker, auf jeden Fall. Das ist so weiße Schokolade und innen drin ist so knusprige, dunkle Schokolade, also so crisp irgendwie, keine Ahnung, fand ich gut. Dann hier, diese Crackle, die auch sehr knackig sind, also fand ich auch gut. Dann diese Milk Duds, oh, die sind gefährlich, die sind gefährlich. Die sind, äh, erstens sind sie saulecker, wenn man anfängt, kann man nicht aufhören. Und zweitens kleben die fürchterlich an den Zähnen, aber ich denke mal, äh, dass sie so kleben, das ist ein kleineres Übel, dafür, dass die so saulecker sind, äh, macht es das wieder wett. Dann hier, das hier, dieses, äh, Reese's, ja, man kann nicht mehr sehen, was es war. Ja, ja, ich habe das alles schon aufgefordert, muss ich ehrlich gestehen, außer die Kaugummis hier unten. Ähm, die Sache ist die, das Zeug ist echt sausüß und ich stehe total auf Süßes. Und, äh, da konnte ich echt nicht widerstehen, das ist, das meiste von diesen Zeug hier ist so mit, äh, Erdnussbutter, habe ich festgestellt. Also dieses hier, dann dieses Clark ist mit Erdnussbutter und hier unten diese Reese's Heart, das ist auch mit Erdnussbutter. Hier, das, da meine ich, war auch so ein bisschen Erdnussbutter dran. Also, da arbeiten die sehr viel mit, aber das ist nicht, äh, so, die Erdnussbutter, wie man sie kennt, was man so aufs Brot schmiert, sondern, also man merkt diesen Erdnussgeschmack ganz deutlich, das ist klar. Nur, ähm, ich weiß nicht, es schmeckt besser auf jeden Fall, als dieser Brotaufstrich, finde ich jetzt. Also ich habe schon richtig Erdnussbutter gegessen und ich finde, ähm, hier drin die Erdnussbutter schmeckt deutlich besser. Dann hier diese Beesnack, das ist zwar nichts Süßes, aber auch sehr lecker, das ist so geräuchertes Fleisch, fand ich mal richtig gut. Und hier diese Kisses, dieses Kisses, ich habe die Tüte auch gemacht, ich habe das erste gegessen und, ähm, ja, dann habe ich nochmal die Tüte reingeguckt, plötzlich war sie leer. Ich kann da gar nichts für. Auf jeden Fall sau lecker. Dann hier diese Hershey's, also da merkt man auch richtig den Mandelgeschmack, fand ich gut. Und hier diese, ähm, Altoids, okay, habe ich jetzt verkehrt herum fotografiert, ähm, diese Altoids, die, ähm, wenn man die Dose aufmacht, da kommt ein übelster Mintgeruch dort raus, das, äh, erschlägt einen förmlich. Ähm, hab dann davon probiert und fand es auch lecker und schwupp, da waren auch die nächsten fünf im Mund. Und, okay, da sage ich jetzt nichts weiter zu. Und die hier, äh, Fruit and Cool, das trifft es voll und ganz. Die sind sehr fruchtig und, äh, machen so ein kühlen, so ein kühles Gefühl im Mund, auf jeden Fall. So ein frischen, äh, ähm, so ein frisches Gefühl im Mund, auf jeden Fall, fand ich gut. Die hier, ähm, habe ich jetzt nicht aufgemacht, weil die kenne ich eigentlich schon. Die gibt es nämlich normal im Laden auch. Bei den anderen Sachen, da muss ich ehrlich sagen, die habe ich noch nie irgendwo im Laden gesehen. Sind mir zumindest noch nicht aufgefallen. Allerdings, diese hier gibt es bei uns im Laden auch. Ähm, ich weiß nicht, wie die Preisunterschiede sind. Könnte es sein, dass es bei American Candy durchaus günstiger ist? Ich weiß es nicht. Kann ich ehrlich nicht sagen. Okay, gehen wir doch mal zu der Seite von American Candies. Und zwar machen wir das hier mal zu. Und gehen mal hier drauf. Das ist die Seite. Die haben hier, ähm, auch Sachen, die es durchaus auch im Laden zu kaufen gibt. Wie hier Bueno und, ähm, ich weiß nicht, gibt es die auch im Laden? Ich meine, ich hätte sowas schon mal gesehen. Aber hier sowas, das habe ich im Laden noch nicht gesehen. Ne, das sind viele. Die haben ja auch Getränke und auch Gewürze. Moment, hier, ich glaube, das hier ist sowas hier so, Grillgewürz. Ne, also die haben hier wirklich alles Mögliche aus Amerika. Ähm, wie gesagt, auch Sachen, die es bei uns gibt, wie jetzt hier dieses Bueno und so weiter. Also da gibt es schon eine Menge Sachen. Moment mal, Weihnachten? Echt? Sowas haben die auch noch drin? Dabei ist halt Weihnachten längst vorbei. Aber ich will trotzdem mal gucken. Genau, Altruits. Ah ja, das ist dann eine andere Sorte. Äh, was? Bananas? Okay. Astronaut Priest. Ah, diese getrockneten Bananen. Ah, ja, 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 ja. Sowas kenne ich auch. Okay. Und ihr seht hier, man kriegt hier auch Soßen und sowas und Tortensoße. Also hier ist wirklich alles Mögliche drin. Könnt ihr hier mal reinschauen? Wenn euch da was gefällt, könnt ihr ja mal ein bisschen was bestellen. Also ich finde, naja gut, die Preise, die gehen eigentlich, ne? Das ist hier eine 15er. Okay. Hier 2,49, 89 Cent. Ich glaube, bei uns im, ich habe die bei uns im Laden gesehen. Ich glaube, bei uns kosten die einen Euro. Das dürfte also hier sogar noch billiger sein als im Laden. Und ich, ja, doch. Ich finde, ich finde die Preise gehen. Ne? Die kann man, kann man sich gefallen lassen. Und ich sage mal so, wer auf amerikanische Süßigkeiten oder so steht, äh, würde ich sagen, für den ist sowas hier ein absolutes Muss. Und ich denke mal, ich werde mir hin und wieder auch mal was kommen lassen. Zwar kann ich finanziell nicht so extrem viel, aber so zwischendurch kann ich mir das doch mal erlauben, ne? Oh, cool. Ja, okay. Ähm, meine Werbung habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, ich gehe euch damit nicht zu sehr auf den Keks. Oder was auch immer. Äh, Keks. Genau, Keks. Ähm, ich sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss.